Hier hat niemand mehr gewohnt, seit der Ort aufgegeben wurde. Hallo. Hallo. Dagny. Freya. Hat sie das alles getan? Ja, sieht so aus. Was habt ihr mit im Haus vor? Wir wollen Bed and Breakfast machen. Hier sind viele Touristen im Sommer. Ich meine, in Island verschwinden Kinder nicht einfach so. Tja, und doch ist es mal in Wänner passiert. Es war einfach ein Fehler, also hierher zu kommen. Was sagen Sie? Glauben Sie, das könnte dieselbe Person getan haben? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich denke, es ist ganz offensichtlich. Das Foto haben wir im Haus dieses Jungen gefunden. Berno Duesch-Petter schon. Und er kommt tatsächlich aus Hesteri. Dieses Kreuz sollte eigentlich auf dem Friedhof stehen. Aber gestern war da nur ein Loch in der Erde. Sah so aus, als ob es entfernt worden wäre. Und jetzt habe ich es im Bach gefunden. Das sind die Eltern. Die Mutter ist bei der Geburt von Berno Duesch gestorben. Hallo? Was ist mit Berno Duesch? Antworten Sie mich! Hey, hast du das dahin gelegt? Nein, das will ich nicht gewesen. Verarsch, ich bin nicht! Der Name Berno Duesch sagte Ihnen etwas? Es wird alles gut. Ah! Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Er ist immer bei mir. Immer. Es wurde alles gut. 는 probably Ponlauf und so. Is die Mutter jetzt escut發 �ji, wie cool das netany Tag? Wirken.